Grüß Sie, was darfst du sein? Einen verlängerten und vier Topfen der Götterffekt. Ach ja, dann packen wir es mal gleich an Walter und drüben. Wuh-Wat-Awa 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 Rhein-o-Genuss Wuh-Wat-Awa reiner Genuss Hubert Auer reiner Genuss lassen Sie den Genuss in den Leben im Backhaus Hubert Auer reiner Genuss Wiederschauen und bis morgen Reiner Genuss